Hallo, mein Name ist Nils Döring. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus Kiel und studiere im fünften Semester Kindheitspädagogik. Außerdem bin ich seit kurzem Chancenpate. Als Chancenpate bin ich ein Mentor für Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bilde zurzeit mit dem 24-jährigen Jamen aus Syrien ein Chancenpartenteam. Heute war ich mit ihm in unserer Landeshauptstadt Kiel unterwegs, auf einer kleinen Zeitziehtour. Nach unserem Abstecher am Schleswig-Holsteinischen Landtag waren wir noch an der Uni. Jamens Deutsch ist schon ganz gut, aber manchmal braucht er noch sprachliche Unterstützung. Zum Beispiel, wenn es um bürokratische Angelegenheiten geht. Manchmal hängen wir aber auch nur ab, chillen und hören Hip-Hop. Jamen ist selbst ein richtig guter Rapper. Chancenpate ist Teil des Projekts Menschen stärken Menschen. Initiativiert vom Sozialdienst muslimischer Frauen. Dort werden die Chancenpaten auch geschult. Man lernt, was man für Aufgaben hat und wie man sich in der Patenschaft verhält. Außerdem bekommt man vermittelt, welche Hilfsangebote es vor Ort gibt. Gemeint sind damit unter anderem Kita, Schule und Bildungsangebote. Darüber hinaus setzt man sich mit Konfliktlösungsstrategien und Methoden der Stressbewältigung auseinander. Falls Sie jetzt auch Lust bekommen haben sollten, sich bei dem Projekt Chancenpate zu engagieren, dann machen Sie mit. Mehr Infos unter smf-verband.de und dann machen Sie mit Konfliktlösungsstr分ENDE. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.